Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, beziehungsweise hattet einen guten Tag bisher. Momentan traden wir bei ungefähr 38.900 US-Dollar. Wir haben einen kleineren Pump gesehen, trotzdem bin ich weiterhin ein bisschen vorsichtig. Heute Abend Fettsitzung, gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ich euch auf den Sack gehen soll, habt noch einen Bock auf diese blöde Glocke zu klicken, dann macht's einfach. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 39.000 US-Dollar, ich seh gerade, es ist ein bisschen dunkel, egal. Das Wichtige ist der Chart nicht, ich. Wir traden momentan, wie gesagt, bei 38.900 US-Dollar. Wir hatten einen kleinen Pump hier unten wieder an unserer Support-Linie, die von diesen zwei Wicks von hier unten gekommen ist. Ansonsten hat sich wenig getan, deswegen hab ich auch gestern kein Update-Video mehr gemacht. Es hat sich einfach nicht gelohnt, irgendwas da zu sagen, weil im Endeffekt hat sich größtenteils nichts geändert. Heute Abend, wie gesagt, ist noch die Fettsitzung. Es wird eingepreist sein 0,5 Basispunkte. Eine Überraschung wäre es wirklich nur, wenn wir auf 0,75 Basispunkte nochmal erhöhen. Aber gut, das werden wir heute Abend sehen. Ich glaube, um 20 Uhr ist die Sitzung, beziehungsweise bis das Protokoll und sowas veröffentlicht wird und sowas. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, kleinere Timeframes, 4 Stunden Chart, könnten wir noch ein kleines W-Pattern haben. Müssen wir natürlich schauen, ob sich das wirklich ausspielt. Wir sind jetzt schon mal an dieser Neckline momentan rejected worden. Plus, wenn wir unser Falling-Vetch ein bisschen anders ziehen, ich sag jetzt mal, die Wicks rauslassen und wirklich nur die Kerzenpunkte verbinden, hatten wir schon einen Breakout. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ihr wisst, ich nehme eher lieber gern die Wicks mit noch. Sieht man hier oben ganz gut. Nachdem haben wir auf jeden Fall noch Luft bis ungefähr 39.600, bis wir wirklich einen Breakout haben. Aus den kleineren Timeframes, wie gesagt, ohne die Wicks sind wir bereits ausgebrochen, aber ohne Signifikant kommt das Volumen. Also Volumen ist absolut Mangelware. Es ist kein wirkliches Kaufvolumen hier reingekommen. Es ist minimal, aber das repräsentiert nicht den Pump, finde ich. Auch für einen W-Pattern, sag ich mal, oder für einen doppelten Boden. Gefällt mir das wirklich nicht gut. Ansonsten machen wir kurz mal diesen Wick hier wieder weg. Golden Pocket übergeordnet ist hier auch noch. Das nehme ich jetzt mal raus. Da befinden wir uns momentan. Nehme ich jetzt einfach mal raus. Das sind zu viele Linien. Einfach da Übersichtlichkeitshalber. Vier Stunden, die mir Ribbons durchbrochen. Auch erstmal ein gutes Zeichen. Wichtig wäre es jetzt auf jeden Fall, diese zu halten. Ansonsten bin ich weiterhin immer noch, mein Worst-Case-Szenario sind einfach diese 36K. Einfach so ein Wick darunter, um die letzten Longs nochmal rauszukicken. Und dann Abfahrt nach oben. Das ist so dieses Szenario, was ich weiterhin im Blick habe. Die Long-Positionen bei Bitcoin sind weiterhin offen. Und auf dieses Szenario vorbereitet. Also ich bin ja schon des längeren Longs eigentlich seit hier drüben schon. Habe immer wieder gesagt, die 36K sind in meinem Gameplan mit drin. Deswegen bleibe ich auch dabei. 36K sind weiterhin im Bereich des Möglichen. Würde ich auch weiterhin nicht ausschließen einfach. Deswegen werden wir einfach mal schauen, was heute Abend noch zustande kommt. Ansonsten, wir brauchen dickes Volumen, um hier auf jeden Fall diesen Bereich. 39,7. 4 Stunden Supply oder 8 Stunden Supply ist es sogar. Widerstand des Falling Wedges ja auch noch. Um dann wirklich ein schönes Breakout hinzulegen. Retest, glaube ich ganz ehrlich, kommt nicht. So wie immer eigentlich bei so Falling Wedge. So ein Retest kommt einfach nicht. Einfach um die ganzen Retailer nicht noch dazu reinzubringen, ah ja komm, jetzt könnt ihr hier noch Long gehen und dann genießt die Fahrt mit uns. Ganz sicher nicht. Retest, denke ich, bleibt aus. Vielleicht ein kleinerer Abverkauf. Und dann wirklich mit einem Pump nach oben. Die Märkte an sich geben nicht viel her. Wie gesagt, Bitcoin im Plus, Ethereum und sowas. Schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Auch hier im Endeffekt gleiches Spiel. Ich habe jetzt mal zwei Linien gezogen. Einerseits mit Wings, einerseits ohne. Ohne die Wings. Breakout bereits stattgefunden. Auch hier ein gammliches W-Pattern. Mit Wings sind wir genau jetzt hier rejected worden. Also für mich hat die ein bisschen mehr Relevanz mit Wings. Also die äußere, deswegen mache ich die innere jetzt erstmal hier weg. Ist für mich genauso, wie ich es vorher eingezeichnet habe, weiterhin unverändert. Die hat für mich einfach Relevanz. Ihr seht es hier drüben rejected, hier rejected und dann hier unten jetzt auch nochmal rejected, während andere schon wieder vom Breakout reden. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Lieber ein bisschen abwarten. Ansonsten sind solche Sachen sowieso nicht, wo ich Long gehe. Ich versuche eher weiter unten Long zu gehen. Mehr gibt es auch bei Ethereum nicht zu sagen. Auch hier Volumen. Ehrlich gesagt Mangelware. RSI würde ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich in den Blick nehmen. Einfach zu sagen, ja ist schon überverkauft, bla bla bla. Wir können nicht höher hoch. Alles guckt gespannt auf heute Abend. 20 Uhr. Auch wenn das meiste eingepreist ist. Ich würde darauf ehrlich gesagt nicht so viel Wert legen. Rechnet mit 36k. Ist momentan einfach so ein Worst-Case-Szenario, wo ich sage, okay, da unten könnten wir auf jeden Fall nochmal hin, ohne irgendeine bullische Struktur oder sonstiges, diesen Trend, sage ich mal, zubrechen. Ansonsten freut euch, wenn es nach oben hingeht. Sollte das heute Abend passieren. Aber ich rechne ganz ehrlich, wenn die News rauskommen, je nachdem, was auch in dem Protokoll und so steht, erhöhen wir noch öfters die Zinsen etc. Ihr wisst, was ich meine. Dann kann ich mir einen kürzeren Abverkauf vorstellen, einfach um diese Longs rauszubringen. Egal bei was. Wir können uns jetzt hier alles angucken. Cardano und sonstiges. Es ist überall fast das gleiche. Cardano-Breakout aus unserem Falling-Vetch. Werden wir einfach sehen, ob das noch kommt. Auch hier habe ich weiterhin noch eine Long-Position offen, die ich hier unten schon aufgemacht habe. Aber hier in dem Bereich. Die sind alles länger und offen. Trotzdem immer noch diese Worst-Case-Szenarien. Falling-Vetch durchbrochen. Vier Stunden E-Mail-Ribbons momentan als Support bestätigt. Aber trotzdem. Kein wirkliches Ausbruch-Bolumen. Guckt euch das an. Das ist nicht wirklich viel. Da hatten wir hier drüben mehr. Das ist für mich kein Breakout-Volumen. Und deswegen bin ich einfach noch ein bisschen vorsichtig. Auch wenn viele das vielleicht nicht hören wollen. Bin ich einfach ein bisschen vorsichter momentan. Wir können uns mal ganz kurz Algo angucken. Gestern enormen Push. Sehe ich aber auch hier unten nochmal in dieser Region. Wahrscheinlich in dem Bereich von 0,62 Dollar. Einfach um dieses Void wieder aufzufüllen. Werden wir sehen. Ansonsten Luna. Lange nicht mehr im Blick gehabt. Auch hier eigentlich wenig Bewegung. Übergeordnet. Schöner doppelter Boden. Nach diesem Downtrend. Erst einmal gebildet. Auch schön in unsere Supportzone hier unten nochmal reingekommen. Plus die 4 Stunden Demand getestet. Aber auch hier kein Volumen. Also für mich ist das alles noch ein bisschen mit Skepsis hinterlegt. Sag ich mal. Was hier momentan passiert. Beziehungsweise wie es hier generell weitergeht. Wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig. Jetzt schon hier Ultra Bull Cycle wieder auszurufen. Lieber ein bisschen Seitenlinie. Vielleicht verpasst man dafür den Trade. Versucht dann später nochmal Einstiege zu finden. Aber trotzdem jetzt in solche Kerzen jetzt reinzukaufen. Ist glaube ich ehrlich gesagt keine gute Idee. Lieber ein bisschen Seitenlinie. Weiterhin auf das Worst Case Szenario vorbereiten. Weil mit so einem Volumen brauchen wir nicht arbeiten. Da sind wir ehrlich. Das ist kein Volumen. Wo ich sage. Okay. Da gehen wir jetzt. Okay. Wir haben jetzt diesen Downtrend durchbrochen. Wollen wir nicht sehen. Ganz ehrlich. Das ist kein Volumen. Was wir sehen wollen. So. Genug zum Thema Volumen jetzt gesagt. Schauen wir nochmal ganz kurz auf GST. Wird nämlich langsam interessant. Wir haben ja am Wochenende darüber geredet. Okay. Dieser WIG hier wird wahrscheinlich sehr. Wahrscheinlich nochmal gefüllt. Wir haben jetzt die erste 4 Stunden Supply Zone hier angetestet. Trotzdem halte ich es weiterhin für wahrscheinlich. Dass wir nochmal in das Golden Pocket laufen. Ich habe hier aber ganz ehrlich. Ich habe euch ja gesagt. Wir sind hier unten bei 4 Dollar irgendwo eingestiegen. 50% ist raus. Einfach um die Gewinne sage ich mal mitzunehmen. Beziehungsweise hier ein bisschen Risiko rauszunehmen. Trotzdem. WIG bis hier hoch ist auf jeden Fall noch möglich. Da werde ich den anderen 50% rausnehmen sage ich mal. Von den Profiten. Das heißt mein Risiko ist komplett raus. Ich bin nur noch mit dem drin was ich eingestiegen bin. Werden wir dann sehen. Aber gut. Soviel zum Thema GST. Ansonsten. News. Coinbase erhält Goldman Sachs ersten Bitcoin gesicherten Kredit. Gutes Zeichen. Sehr gut auf jeden Fall. Dass sowas sogar anerkannt wird. Jetzt geht es drauf an. Was passiert heute Abend. Ich werde keinen Livestream extra dafür machen. Weil ich finde das verunsichert wirklich nur noch mehr. Wenn jetzt hier wieder. Keine Ahnung. Emergency Updates oder sonst irgendwas kommt. Verunsichert nur. Bleibt bei den Faxen. Faxen. Fakten. Das meiste ist eingepreist. Macht euch keinen Stress darüber. Sollte irgendwas Schlimmeres passieren. Mit den 0,75 Basispunkten. Dann. Okay. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr. Dann wird es an den Aktienmärkten turbulenter. Dann wird es an den Kryptomärkten ein bisschen turbulenter. Aber gut. Warten wir heute ab und ab. Wir können nur spekulieren. Ansonsten. Ihr wisst. Es gilt. Falling Ratch noch nicht durchbrochen. Volumen. Mangelware. Egal wo. Deswegen. Abwarten. Tee trinken. Entspannen. Ja. Ansonsten. Das war es zu mir. Morgen gibt es wieder Update Video. Und morgen natürlich. 19 Uhr. Machen wir wieder unseren Livestream. Da können wir nochmal alles. Revue passieren lassen. Was vielleicht noch heute Abend passiert ist. Beziehungsweise eure Alkommünsche besprechen. Ansonsten. Wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Wir hören uns morgen wieder. Lasst den Video. Liked. Abonniert den Kanal. Um nichts mehr zu verpassen. Und die Glocke. Wenn ich euch auf den Sack gehen soll. Das war es von mir. Wir hören uns morgen wieder. Und wie immer. Stay crypto. Ciao. Ciao.